Am 25. April lud Grand Slam Mastermind Hannes Jagerhofer in der Strand bei Hermann zum Casting der Fotogirls für die A1 Beachvolleyball Europameisterschaft. In der Jury saßen neben Hannes Jagerhofer die Designerinnen Sandra Thaler und Annette Prechtl von Elfenkleid, Beachvolleyball-Legende Mick Berger und ein Repräsentant des Hauptsponsors A1. Aus über 100 Bewerbungen wurden die besten 10 zum Casting eingeladen. Die Bewerberinnen mussten sich am Catwalk präsentieren und sich einem Jury-Interview stellen. Wer dabei überzeugen konnte, kam in die finale Runde. Die Finalistinnen mussten ihr Society-Wissen unter Beweis stellen und die Namen prominenter Persönlichkeiten wissen. Je mehr Promis erkannt wurden, desto größer standen die Chancen zu gewinnen. Letztendlich gepunktet haben die letzten vier. Ich bin total happy. Wirklich hübsche, lockere, junge Damen, die Spaß haben, werden in Klangfort bei den Europameisterschaften. Und ich glaube auch unser Sponsor A1 ist sehr glücklich. Es passt dazu, passt zur Linie, unser Hauptsponsor zu unserer Linie und wir freuen uns schon auf die Mädels. Die beiden Gewinnerinnen präsentierten dann im Anschluss an das Casting das diesjährige Kleid des Designer-Duos Elfenkleid.